Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyrium Galactic Survival mit dem Jack Fleischhammer, unserer Meisterkonstrukteur. Hallo, wie geht's? Mein Name ist Scotty und ich beame dich auf. Ich habe mir mal ein Fillerwerkzeug gemacht, denn dieses Loch da vorne muss wieder gefüllt werden. Lüchte mich. Ich lade jetzt mal nach. Ich habe es gemacht. Es funktioniert nicht. What? Doch, Ammo, jetzt hat es noch nicht gehört, es gab keinen Sound. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Okay. Ich kann hier irgendwas... Da macht irgendwas drinnen, ja. Ich brauche aber lang. Er hat doch meistens zwei Funktionen. Was hat denn er für Funktionen? Rechts macht er... Rechts macht er gar nichts. Mach mal Tab sozusagen und halt mal mit der Maus drauf, hat der Denser. Wo steht es denn? Ist das in dem Filter? In dem Filler-Tool? Ja, genau, genau. Range 8 Meter, Masse 8 Kilometer, Magasin Kapazität 100. Also das ist langweilig. Ich baue jetzt Metall drüber her. Das geht schneller. Was machst du jetzt? Er macht ja mal mit Flatten. Wusstest du das? Ich habe gerade gelesen. Watt wo? Äh, Shift und... Watt? Shift und... ...linke Maus, das macht er... Flatten? Das ist langweilig. Ja, ich baue Metall drüber. Tja, ist echt die Frage. Was kann er denn hier? Ja, das ist... Das macht keinen Sinn. Achso, jetzt steht er damit runter. Okay, verstehe. Was ist das hier? Kobalt. Wo ist denn der Kobalt-Ohr? Was fummist du denn da schon wieder rum? Was willst du jetzt mal sagen? Ich will hier ran, die Kiste. Was willst du machen? Boah, Iron Blocks. Wie waren wir denn jetzt? Da. Da jetzt. Iron Blocks, Iron Blocks. Ich will doch die Bars wieder zumachen. 60. Rangt das? 100. 100 Iron Blocks. In der Mache. Haben wir eigentlich hier irgendwo noch Dings hergestellt? Energiezellen? Ich mache jetzt als erstes mal, ne? Das sind sie wirklich... Oh, wir haben keine Pellets mehr. Ey, wir haben keine Pellets mehr. Jetzt geht die Energie aus. Nein, die habe ich genommen gerade. Also nicht die Pellets, sondern diese komischen Potimion-Ohr. Und daraus können wir denn die Pellets machen. Okay. Aber es ist auch nur noch 9. Also es ist jetzt nicht die mehr jetzt. Also wir müssten dann auf jeden Fall die... Oh, wieso machst du 89 Blocks? Weil ich... Weil ich... Keine Ahnung. Weil ich hier das halt groß ausbauen will. 89. Ja, keine Ahnung. Ich werde es schon ordentlich brauchen. Erzähl doch mal. Digger, 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 Digger. Ich werde unser... Ah ja, klar. Schon klar. ...Bundglück da vorne wegmachen. Davon nehme ich die einfach mal 19 weg. Zack. So, brauchen wir zu essen. Wie sieht es aus? Schon mal die Jagd? Ja, im Kühlschrank, im Kühlschrank. Oh ja. Ich gehe gleich jagen. Kühlschrank sind noch Space Fries übrig. Ähm, ja. So weit. Und ein bisschen Weed ist auch noch da. Oh yeah. Okay. Sauerstoff... Dann mache ich die da oben ran und dann ist das halt so. Ohne einen zweiten, ne? Hast du Blocks? Sind die fertig? Ach, und ich bewegt er sich jetzt nicht. Kann ich... Nimmst du jetzt beide Constructor im Beschlag da bisher? Nein. Nein, Mia ist da. So, dann mache ich aber einen Dreier ran und deswegen kommt es jetzt hier wenigstens... noch ins Breiter. Und noch ins Breiter. Achso, wie siehst du, was wir noch ausprobieren könnten? Hm? Das kann ich jetzt natürlich nicht. Ich sollte das eh mal... Ja, und zwar gibt es mit N... Es gibt ein... Synchronisationstool. Genau. Das ist sehr interessant. Guck mal, jetzt haben wir zumindest hier die Basis schon mal. Jetzt ziehe ich hier vorne noch mit meinen letzten Blöcken noch was in die Richtung. Schön. Schönes Ding. Synchronisationstool, genau. Das könnten wir mal ausprobieren. Und zwar mit N. Aber... An dem Raumschiff kannst du es zumindest verwenden, ne? Tja, ich weiß nicht. XY... Super. Doch Symmetry... Plain. Tja, ich habe keine Ahnung der. Ich weiß nicht. Ich kann ich auch nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, da bräuchte ich noch einen Moment. Guck mal, unsere Plattform ist auf jeden Fall schon mal erweitert. Unsere Hover-Plattform. Aber da sollte auch noch eine Wand hin, bevor wir im Raumschiff mal hier in so ein was lebenswichtiges rein... Bumm. Ja, das ist mal eine gute Idee, bevor wir da rein robben. Bumm. Gut. Äh... Da mag ich mal noch einen Cube für das Ding da, ja? Also so ein Spotlight zum Licht machen. Was denn? Ach, keine Ahnung, ich will hier einen Cube reinsetzen. Er will nicht... Ah, jetzt... Hört sich so an, als wenn du da jetzt nicht einverstanden bist. Ne, 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 ne. Dass ich das nicht verstehen könnte. Ich will ja andere Dinger machen. Ich wollte ja Licht haben, aber noch vier Stück. Ich brauche noch ein bisschen Constructor. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Ähm... Ich würde sagen... Ich ziehe mal hier zwischen der Konstruktionsplattform. und unserem Ding eine Wand hoch, oder? Macht das Sinn? Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Einfach nur Safety first. Weil wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, das geht schneller schief, als wir es erwartet hätten. So. So, Licht. Licht ist gut. Langt das? Langt, oder? Zwei hoch. Oh! Ich brauche Essen! Lass los! Ich brauche Essen! Nimm den Kühlschrank, verdammte Axt! Äh, zwei, zwei... Kommt man von hier? Oh! Ach so, am Kühlschrank. Schade! Ah, bau mir das noch zu, du... Ah, hazi! Direkt vor dir dich bastelt der mir das. Soll ich denn jetzt essen hier? Popcorn? Ja, egal. Hauptsache, du stirbst nicht. Ich hab auch... Ich bin auch schon rot. Könnte man hier noch essen. Kaffee macht keinen Sinn. Darf ich auch kurz ran? Ja. Ne, hier sind doch... Hier sind doch schon gegrillt worden. Nimmst ja das nicht raus. Ja, weil du gesagt hast, im Kühlschrank. Im Kühlschrank, ja. Und der Kühlschrank ist ganz, ganz links. Aha. Aber... Manchmal... Äh... Manchmal... Ich geb's mit mir durch. Aber ne, manchmal... Muss ich jagen gehen. Oh, Space Fries. Okay. Food 75. Und das ist gut. Ja, die sind gut. Also die Space Fries... Guter Shit, Alter. Ähm... Und die... Wo ist denn... Sind das hier die Paprika? Space Durians, genau. Da werde ich jetzt auf jeden Fall noch mehr holen. Weil die bringen wirklich am meisten. Also, da werde ich die anderen Pflanzen erstmal alle abhacken. Du hast ein... Äh... Ne Braten... Ne kochten... Ne Braten... Ne Pumpkin... Genau. Natürlich. Ekelhafte Vorstellung, aber... Naja. Was sind das hier? Pirthing Fruits. Da verstehe ich nicht viel, was die genau da sind. Die kommen jetzt auch weg. Wieso Pirthing? Wieso? Das ist doch... Kannst doch essen. Ist mir egal. Äh... Die kommen jetzt weg. Ja. Ich esse jetzt weg. Weil ich... Ein Mädchen bin. Der Mean Jaspin. Ne, ähm... Haben wir noch einen Kühlschrank? Diese komischen... Die kann man essen, diese Pirthing Fruits? Ah, Hells 10. Die kann man direkt futtern. Ja, dann werde ich die jetzt auch mal... Werde ich die mal essen. Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt so... Die letzten Folgen so wenig Action zeigen konnten, aber... Man hat uns unsere Grundlagen beraubt. Ja, wir brauchen leider dafür noch ein... Zwei Folgen. Ja. Dann allerdings könnten wir mal wieder... Dann geht's ab. Dann geht's ab. Starten. Dann ist die Rache unser. So, da können wir schön Space Fries. Haben wir noch mehr? Haben wir am Stittel. Ähm... Ich würde ja einen Advanced CPU machen. Dazu bräuchte man eigentlich irgendein Material, das ich kenne. Was können wir damit anstellen? Na, damit kann man... Äh... Andere Waffen bauen und andere... Äh... Waffen. Äh... Scheiße! Der Strahl geht so schnell durch, jetzt habe ich hier so einen Pflanzkübel rausgezimmert. Schnell nachpflanzen. Haben die das Wort Deko rausgenommen? Deko? Nee. Es gab keinen Patch zur letzten Aufnahmesession. Also, du hast ja vorhin schon so Fragen gestellt, die für mich verwirrend waren. Du stellst schon immer nur Fragen, du. Pfeffer auch nicht, was du machst da? So. Jetzt geht's weiter. Ich muss jetzt ja unbedingt Beleuchtung einbauen. So, jetzt haben wir noch 16... Erestrum-Ohr. Wo könnten wir das kriegen? Oder... Sarkosium-Ohr. Sarkosium. Kann ich... Kann ich mal meinen Lampen... Kann ich mal den Constructor mit den Lampen rausnehmen? Na, nimm dir mal ruhig deine Lampen da raus. Elf Lampen? Ja. Du wolltest Lampen? Nee, ich hab die Lampen hier gemacht. Jetzt konstruier ich mir noch von diesen Bühnengestänge. Und das mach ich auf jeden Fall hoch genug. Ähm... Da. Eigentlich nicht. Ach, der macht ja mal zwei. Das ist eigentlich viel zu viel. Ach, scheiß drauf. Gleich gibt's hier Licht. Cool. Ordentliches. Wir sollten noch ne Tür machen, oder? Dass wir hier durchkommen, oder? Oh ja, ne Tür. Das könnten wir tatsächlich mal machen. Nicht, dass hier irgendwie die GEZ kommt. So, Lampen hab ich. So, Lampen hab ich. Ich brauch die Blocks. Aber definitiv. Ich hab gar kein Interesse dran. Ich mach jetzt erstmal richtig Licht. Ich hasse nämlich nichts mehr, als hier im Dunkeln zu arbeiten. Und jetzt mach ich euch mal Licht. Und Gott sprach. Ja, was ist eigentlich heute für ne Folge? Heute ist so ne Freitags-Folge. Das heißt, ihr könnt schon spielen. Ah. Ich seh schon die Kommentare am Kommen. Viel Spaß. Ja, mit Herrn. Viel Spaß. Kopf wird gefällt. Nee, ihr hättet viel besser, weil ich hab gespielt und jetzt kenn ich mehr aus. Hast du? Assi. Ah, geil. Hey, irgendwie. Das ist immer so, diese Kommentare. Kaum hat einer das Spiel gespielt. Ich sag mal, natürlich kennt ihr euch besser aus. Ist ja auch nicht schlimm. Aber macht uns keinen Vorwurf, wenn wir es nicht tun. Irgendwie bist du schlecht, Minions. Wie? Ich bin schlecht. Wie du spielst immer. Ist schlecht. Ist nicht gut, Minions. Oh, Futterkopf. Also, kannst du mal das Hovern? Äh, Quatsch. Kannst du mal... Das Hovern stellen? Was kann ich denn? Ähm, das Ding anwerfen. Das Raumschiff, wie hoch das geht. Damit ich ne Vorstellung hab. Das kann ich mal machen. Äh, Feuer. Aha. Ähm. Ist aus. Was ist los? Mach die Kiste an. Ist kein Strom mehr drin? Kann nicht sein. Ist es kaputt gemacht? Wie denn jetzt? Ich... Ja, Strom ist aus. Warum? Im Ende ist es Sprit leer. Ja, Sprit ist leer. Ich hab aber hier Sprit hergestellt. Also, ich schätze jetzt einfach mal so. Was denn? Dass ich da noch einen draufmalen kann. Oh. Und? Wo ist er? Ups, das hat aber einen richtigen Schub gegeben. Mach nochmal hoch. Hä? Naja, das ist jetzt so. Das wär jetzt abgeflacht. Okay. Mal starten. Einmal an. Ach so. Starte nochmal. Das geht nicht. Wenn man mal hoch geht. Da ist doch eben... Na, das hab ich... Da hab ich einmal... Äh, die... Na gut, dann kann er kurz anstoßen. Nächstes. Ich mach jetzt nicht ewig hoch die Dinger. Ah, okay. Verste... Ah, so hoch machst du das? Geiler Typ. Yo. Ähm. Wie sieht's denn aus? Mit Munition? Ha, ich gar nicht. Schade. Dann, äh... Könnte ich mal kurz Munition basteln. Ach guck mal. Er geht jetzt von alleine wieder runter. Aha. Was ist mit dir los, du? Warte, dass ich hier nicht... Wie meine ich das jetzt? Oh. Du. Boah, das ist aber... Ich brauche noch ne Waffe. Pistol. Ich mag mir jetzt ne hässliche, einfache Pistole oder was? Oh Mann ey. Man kann auf relativ große Entfernung bauen, fällt mir grad auf. Ja. Also ich kann hier unten stehen und hier ran bauen. RCS Modul. Ach shit. Falsch gebaut. Ach, da oben auch falsch. Guck dir das an. Ja, machen wir das hin. Ich hab die falsch gebaut. Aber guck mal, es gibt schon ordentlich Licht, wa? Ja. Schau mal her. Ich brauche mal hier eine hin. Einfach nur, wenn es ein bisschen Grundlicht gibt hier. Ah, shit. Was ist denn los da jetzt mit Licht? Ach, ich hab mir fehlen noch... Ähm. Ach, ich hab mir fehlen noch... ein bisschen knapp raus. Aber ich hab genügend Lichter, um das zu korrigieren. Ja, das Problem ist, du siehst ja in dem Dunkeln, siehst du nicht wirklich, wo du das ansetzt. Ja. Ja. Und deswegen... Verstehe schon, was du mir sagen willst. Ach, jetzt hab ich's da aufhalten. Ach, scheiß drauf. Reaktor-Core brauche ich ein Reaktor-Core. Was ist denn das eigentlich? Eine Antenne, okay. Ja, nicht schön, aber selten. Aber guck mal, das Licht, oder? Reaktor-Core, der braucht einen Motor. Brauche ich hier nochmal einen extra Motor für so einen Generator. Ja, der ignoriert mich. Absolut. Absolut. Ja, es tut mir leid, aber ich... Ich will einen Weltraum und da muss ich mich konzentrieren, weil... Verstehe, ist schon so gut. Ach, guck mal hier. Wir haben hier noch eine Pflanze im Gebäude. Warst du eigentlich schon mal wieder hinten bei unserem Sauerstoff? Oder soll ich mal da hin? Sauerstoff haben wir genügend. Also das produziert mehr als du brauchst. Essen ist da das größere Problem. So, Licht, okay. So, Licht ist okay. Licht ist super. Dann hier noch eine. Dazwischen. Okay, hier. So. Jetzt kannst du doch hier basteln. Sind ein bisschen schwach auf der Brust, die Lichter, muss ich sagen. Die klauen mir ein bisschen Frames, muss ich sagen. Oder das Licht... Ja? Ich bin im V... Ne, ich hab... Ja doch, doch. Die klauen mir ein bisschen Frames. Ah, 43, ja. Aber gut, Lichtquellen, ne? Schon immer so eine Sache gewesen. Ja gut, ich kann da oben auch noch welche wegnehmen. Das sind ja... Ich hab mich ja ein paar Mal verbaut. Na, du. Ich hab's kaputt gemacht. Äh, das ist halt... Das ist irgendwie so ein bisschen blöd, dass das hier noch so... Ah, shit. Siehst du, das ist... Warum kommt man an die Dinger nicht dran, Fleischhammer? Ich weiß es nicht. Ich geh da aufs Raumschiff. Weiß ich gar nicht. Ich benutze das Raumschiff. Ich mach übrigens jetzt... Oh. Jetzt mach ich erst mal gar nichts. Warum? Untergefallen bin. Ich hab's entfernt. Hast du jetzt mehr Frames? Tatsächlich ein bisschen, ja. Na, ist nicht schön nach oben, aber... Ah, ist... Haben auch keine Gitter mehr, ne? Ne. Okay. Was machst du eigentlich? Ich baue, äh, ne Art... Hast du den Beifahrersitz schon drauf? Hülle. Ach, shit. Ich baue dir noch eins, okay? Ne, wir sollen zusammenfliegen. Sagt wer? Wer hat das gesagt? Das ist doch nur ein... Wer möchte gerne sprechen? Ich kann... Jetzt ist doch nur ein Hoverding, ne? Braucht doch nicht hier 25 Millionen Düsen? Kriegt er doch auch nicht. Was ist der Fuel Tank? Ah, da unten, okay. Du hast halt nur ein bisschen Sicherheit, damit er... Aber das ist doch auch völlig asynchron, was du da baust. Was ist denn hier asynchron? Äh, asymmetrisch, so rum nicht asynchron. Der alle Dings hier, ja, der stört, aber ansonsten... Da hier nix asynchron. Du bist schon so ein... Du bist ein Asi-Krone. Äh? Du drehst ne Asi-Krone, Mann. Ich schon... Sag mir doch, was du meinst. Ich versteh das nicht. Ich schon gut, ich versteh das schon. Was verstehst du denn? Ich hab das Gefühl, du verstehst mal, wie er janscht. Hä? Die Pflanzen sind jetzt hier wohl für immer hier drin. Die sind jetzt hier wohl für immer. Mein Gott. Du meinst auch, du bist hier wohl für immer. Oh. Entschuldigung. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Hast du dir wieder ein Ego-Raumschiff gebastelt? Mein Knie tut weh. Wo ist der Beifahrersitz? Ist doch witzig. Mhm. Soll ich vielleicht hinten sitzen? Neben dem Truck-Bahn. Okay, mach dir vorne, wirst du? Ich baue dich wieder ab und dann setze ich dich hier vorne ran. Was hältst du denn davon? Wie hoch ist denn der Sitz? Der ist zwei hoch, ne? Kommt darauf an, vielleicht. Die könntest du echt, die könntest du davor setzen, stimmt. Man könnte das Licht abbauen, oder? Das würde gehen wahrscheinlich. Naja, das würde gehen, klar. Soll ich das Licht entfernen? Ich entferne das Licht. Nein. Oh, ist weg. So, wie breit ist denn der Sitz? Der ist zwei breit, ne? Soll ich den Boden entfernen von dieser Plattform? Nee, der Sitz ist drei breit leider. Der ist drei? Ja, ich kann ja mal einen machen. Nee. Nee, der Sitz, den meine ich doch gar nicht. Die macht doch diese kleine Kapsel, wo ich mich... Meine ich doch, meine ich doch, meine ich doch. Das ist doch keine drei breit, oder? Gegen... Weiß ich ganz genau. Okay. Leider gibt es hier nur ein Passenger Seed und der ist... äh, steht nicht da. Schade. Ich bin mir fast sicher, dass der drei breit ist. Der ist aber auch ins tief. Wir haben aber noch einen übrig gehabt, gell? Ein Passenger Seed. Oder war der für das große Angriff? Ja, das ist was anderes. Ja, das ist für CV. Okay. Das wird uns leider nicht weiterbringen. So, ich muss jetzt mal was essen. Ich habe wirklich wieder Hunger. Ein Graffiti-Generator gibt es. Geil. So, gehen wir jetzt jagen? Wir haben ein bisschen Action, oder? Ja, ein bisschen Action war. 19 Minuten, ne? Willst du mal ein bisschen Action machen, sagst du? Nee, natürlich nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Das muss halt auch sein. Ich meine, wir sind auch am Bauen, ne? Und das wird sich auch... Wir haben uns halt viel Kram klauen lassen durch unseren Leichtsinn. Das tut gerade weh. Soll ich das nicht sagen? Nein. Ja, es tut auch weh. Es ist auch wirklich nicht so leicht. Habt ihr jetzt schon einen Generator hier gebaut? Ja. Nee, eigentlich noch nicht. So auf Food ist wieder alles okay, aber ich könnte noch ein bisschen... Wieso hast du eigentlich das Licht abgebaut? Können wir das... Oben, damit deine Frames wieder hoch gehen? Nein, das ist das nicht. Was? Das ist das nicht. Vorne ist Licht, um den Passenger-Seed dahin zu setzen. Ja, dann müssen wir uns da unten auch wegbauen. Warte mal, ich... Das wäre echt witzig, wenn du da unten sitzen könntest, ja. Ja, da unten. Ich dachte, das wäre... Mach ich fertig, warte kurz. Ah, schade... Ja, ein bisschen. Ah, siehst du, das ist drei... Und wie breit ist er? Das Cockpit ist scheiße, ey. Wir sollten uns noch das andere Cockpit machen. Sitzt du da dringend gerade? Im Cockpit? Nein. Ich glaube, ich mache nochmal ein anderes Cockpit. Das ist scheiße, das Ding. Nee, das ist gut. Nein, das sieht... Erstens sieht es blöd aus, finde ich. Und es ist zu breit. Und es ist viel zu breit, ja. Also, wir werden auch nächste Folge noch das Raum verkonstruieren. Ahaha. Katar. Ich begleite Klänge jetzt. Da wir stellen der Energiezelle her. Wir... Wie ist denn... Na ha... Höhe? Ende? Ja, ja. Aber Prometeum Palace... Wir müssen dringend Prometeum finden, das... Ja, ja. Ich weiß schon, wo es das gibt, das ist kein Problem... Und wir brauchen Verteidigung, ja. Wir fliegen mit dem Ding nicht los, bevor wir uns nie... Will der Cockpit abbauen. Okay. Frag mich doch glatt. Okay. Alles gut, alles gut, alles easy. Hör auf. Ja, gute Idee. Nicht, da ist Fuel drin. Hör auf da drauf zu schießen. Scheiße, der ist echt zwei breit nur. Ich war mir sicher, dass das, nee, lass mal. Egal. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, oder? Warst du dran? Das weiß ich nicht. Ist auch egal, wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge von Empyrium Galactic Survival wieder. Ich freu mich doch, wenn man ein bisschen mehr drin sitzt. Kickt jetzt an, das sieht doch geil aus. Absolut. Wiederhören. Tschüss. Bis später.